Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Review. Diesmal geht es um die BC-X Lotus. Die gab es für Vorbesteller dazu, und zwar für 30 Tage. Die BC-X unterscheidet sich von den anderen Achsen nicht wirklich, denn eigentlich ist es nur der Design-Achsen und das die Temporär ist. Und, dass die zum ersten Mal in Crossfire drin ist, ich würde mal sagen, das ist eine Zweitversion der Rose-Achse, wie auch immer. Auf jeden Fall, Slashen tut ihr auf den Kopf mit einem Schlag und der ist gut. Also 100 Damage auf den Oberkörper, 70. Auf die Füße macht ihr 40 Damage. Mit Rechtsklicken macht ihr 100 Damage auf den Kopf, 100 auf den Körper und 80 auf die Füße. Und ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es ist ein Knife, man kann es tragen. Naja, man kann sie ja jetzt nicht mehr haben, aber für Vorbesteller gab es die für 30 Tage. Außerdem sieht die wirklich, wirklich glamourös aus. Und das war's zum Review. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinem Partnerkanal nach. Und bis dann. It's tea time, bitch. Bündchen. 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 Bündchen.